ARD Text im Auftrag von Funk Liebe Harmoniemusik Ilm, wir gratulieren euch ganz herzlich zum 100-jährigen Jubiläum. Es tut uns mega leid, dass ihr euch ein grosses Fest nicht könnt wie die Pläne durchführen. Wir wären sehr gerne dabei gewesen. Passiert auf euch auf und bleibt gesund. Ganz liebe Grüße Bücheri Harmoniemusiklars